so da bin ich gerade eben angekündigt ultimate team ich kann es einfach nicht aber schauen wir mit einer stabilen internetleitung einsteigeraufgaben was haben wir gemacht ja was habe ich denn noch an sie die blick schon voll durch fix ansehen muss die haben einige gegenstände objekte behalten natürlich halten wir die meintersitz alle objekte jetzt verschieben katalog jetzt alles gar nicht gesehen was ich hier alles für packs habe wen kriegen wir sieben spiele das weiß ich schon gelernt aber ich habe ein peter checker man da anderen position man dann da zweite pick champions league was gibt es uns ein zentralen defensiven mittel will man es ist party party die mannschaft kann ich hier eigentlich irgendwie eine auto einstelle auto aufstellung machen jetzt gar nicht ewig umeinander tun ich habe nichts hilfe die austauschen mein verein was haben wir jetzt das war 3 8 wir haben ja lauter perfekte spieler und andere 3 und ab dieser besserer schicht sogar ist noch fünf spiele wenn er nicht spielt darf dann bleiben Nein, da will ich nicht hin. Parties in Power Defensive und Mittel sind noch nicht, habe ich ihn gar nicht. Ich muss doch da eine Auto Ausstellung machen können. Ein Zuschauer, vielleicht weißt du ja Bescheid, kann ich da eine Auto Ausstellung machen. Ich muss doch da eine Auto Ausstellung machen. Das ist doch gut. Das ist doch gut. Das ist ein zentrales Mittelfeld. Das ist doch gut. Das ist doch gut. 79 also war ja Ich kapiere nicht mal was die blauen Spieler mir zu sagen haben, ob das toll ist oder nicht. Sollte ich mich irgendwie mal damit befassen. So, wir nehmen jetzt ganz raus in hier. Ja, das war es jetzt eigentlich, oder? Jetzt könnt ihr doch eigentlich die anderen alle draußen sitzen am besten verkaufen, oder? Macht das Sinn? Macht bestimmt Sinn. Sollen wir die Mucke anmachen hier? So, was müssen wir jetzt machen? Einzelspieler, Squad Battles, Gegner-Update ist versuchbar. So. 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 Wir spielen mit unseren schönen weißen Trikots. Mal gucken. Ja, unser Gegner. Vielen Dank. kochen auch nur mit wasser so geht's Oh 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 Jawohl Ja da hängt die Internetleitung jetzt schon ein bisschen Oh Oh Adoles Aufsicht Aufsicht Ja Ich würde Warum ja 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 kurz rausgehen Jetzt bin ich wieder da. Oh, mitten ins Gemächt. Bisher bringt mir der gute ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ja, da ist es dann wohl. Das ist natürlich glückgelaufen. Ah, was genau gepasst. Oh, das sieht gut aus. Oh, das sieht gut aus. Oh, das sieht gut aus. Da sieht man aus unserer Hälfte raus. Das sieht gut aus. Oh. Das sieht gut aus. Oh, 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 das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Jetzt schneller Ich wechsle nicht Sie haben eine Wahl Er überzeugt heute als Handgeber Ja Wo ist es? So, so, so Sie sind seit einem Eintracht verhindert Er, das wird super vorgehen Jetzt nehmen wir auf Die Leier Ach Wo ist es? 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 Jetzt geht's Ja, schön gemacht, kann man nicht sagen, die ist schön gemacht Nein, 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 nein Nein, 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 nein Nein, 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 nein Ja, ich weiß nicht, der Nehmer bei mir bringt er nicht so wirklich viel Der erste Schuss von uns. Der zweite Schuss von uns. Weg ist der Ball. Sie riechen doch so. Da gehen auf jeden Fall noch aus. Sie sind nahe dran und können den Neustritt. Wo ist es? Oh, na, die da. Oh, was ist da? Ja. Er war hellgell. Oh. 1-0. Minatia. 6 und 8. Ja, egal. Wenn ich hier jetzt von der Entreibe stecke. So. Das ist gefährlich. So war das weg. Das war noch zu schwarz für den. Die Baller, das ist nicht falsch, aber doch nicht ab. Müller. So. Se. Ja. So. Die Bistriärs. Doch, war. So hat er, das ist ja. Nicker von Thomas. Gut gemacht. Die Baller. No, sind nicht. Voll, voll, rot,istan. Thomas. Klappe Hörnberg Klappe Hörnberg Klappe Jetzt geht der Pferd auf der Flügel Jetzt ist der Pferd auf der Platte Der Ball hat gerade aus gemacht Der hat sich auch nur noch in den guten Instrumenten. Ganz stark. Soll'a. Oh, da ist es gut. Ah, da wird die Fettbauer aus der Sicht. Doch, da ist es gut. Oh, da liegt hier. Oh, da ist der Basel los. Oh, was soll da hin? Du wohnst nach. Ich hab's mir da jetzt. Das war Kriegmann. Und der Form war ich nicht. Ich hab' dann doch zu hoch abgeboten. Hm. Vier Minuten sind noch zu absolvieren hier. Oh, da liegt hier. Ende der zwei Haustenjahre. Welche Fettbauer hat sich nur wieder? Und wurde da vor allem für einen exzellenten Vorlagegeber. abgebildet. Abgebildet. Äh, die Fettbauer. Abgebildet. Äh, die Fettbauer. So. Letzten drei Minuten. Ich hab' dann, ich hab' dann. Das war eher nichts. Ja, ja. Bronze, zwei Arschspitze. Zumal ich mir meine Karten auf. Ein Trikot-Pick. Über-Tippen-Tick-Spieler, wer ist das? Und der Nehmerleipunk. Die habe ich ja schon. Cristiano Ronaldo Leipack. Und ein Soundtrack-Künstler-Trikot-Pick. Alle 3-1. Jumbo Premium Gold-Tick. Jumbo Premium Gold-Tick. Und wo hat? Piperina. Jumbo Premium Gold-Tick. Jumbo Premium Gold-Tick. Um, noch mal München. So, damit werde ich jetzt auch Schluss machen, das Bettchen ruft, bis morgen.